Vespa-App aus dem App Store herunterladen und installieren. Alte Version vorab löschen. Vespa starten. Mit dem Joystick links am Lenker Einstellung Setting wählen. Durch kurzen Druck am Joystick bestätigen Menü Setting. Konfigurationsmenü wählen, Pairing auswählen. Pairing Request bestätigen. Bluetooth-Suche am Smartphone öffnen und BT-Router wählen. BT-Router mit Passwort 0000 verbinden. Warten bis im Display das Smartphone-Symbol erscheint. Zugriff erlauben. Hinweis. Die erste Koppelung kann aufgrund der Synchronisation der Kontakte länger dauern. App öffnen und Anmeldeprozess durchführen. In der App Mia-Symbol drücken und warten, bis Verbindung hergestellt ist. Verbindung wird durch das Mia-Symbol, Sprechblase mit drei Punkten, im Display bestätigt. Damit sind eingehende Nachrichten, Telefonate und Navigation am Fahrzeug-Display sichtbar. Zur vollständigen Nutzung der App inklusive Telefonaten, Playlists, Musik und Navigationsanweisungen wird ein Headset benötigt. Im Headset den Modus Pairing aktivieren. Vespa-App öffnen. Das Bluetooth-Symbol im Hauptdisplay der App drücken. Wenn das Headset angezeigt wird, die Option Freisprecheinrichtung wählen und verbinden. Die erfolgreiche Koppelung wird durch das Symbol eines Helms im Display angezeigt.